Nächste Station, Erbststadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Weilerswist. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Euskirchen. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Mechernich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Kall. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Jünkerath. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Gewollstein. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Bittburg-Ehrdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Trier Hauptbahnhof. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DG Region. Auf Wiedersehen.